Hallo, ich habe vor ein paar Monaten ein Interview gegeben zum Thema Freundschaft und habe heute den Vordruck bekommen, weil ich lese die ja dann immer noch mal durch. Und da war ich überrascht, was ich alles gesagt habe. Aber das ist richtig. Also ich bin das auch mal so durchgegangen. Freundschaften überholen sich manchmal. Also manchmal trifft man Menschen, wo man sich super sympathisch findet und geht dann eine Zeit lang zusammen und dann entwickelt man sich aber auseinander, weil die Lebenswege so unterschiedlich sind. Und dann gibt es Freundschaften von früher, wo ich nie gedacht hätte, dass da irgendwas dazwischen kommt. Aber dann gibt es auch private Enttäuschungen und dann versucht man das immer noch mal, die Freundschaft aufrecht zu erhalten, muss aber feststellen, dass sich das eigentlich nicht mehr lohnt und dann muss man eben auch die Goods haben zu sagen, okay, damit beende ich das und lasse diesen Menschen nicht mehr in mein Leben. Dann gibt es Freunde, die nur nehmen, aber niemals geben. Das ist auch schlecht. Das sollte man dann auch einfach beenden, weil es ist so einseitig, finde ich. Und meine besten Freunde, mit denen bin ich zur Volksschule schon gegangen und das hat bis heute gehalten. Und wir haben einen Megaspaß, wenn wir zusammen sind und wir kennen uns so genau, das ist so beruhigend, da kann ich genau die sein, die ich bin, die nehmen mir auch nichts übel, die können mir auch alles an den Kopf schmeißen, was sie wollen, weil ich weiß, wo es herkommt, dass das eine tiefe, feste Beziehung ist zwischen uns allen. Aber allen anderen, denen man so im Laufe seines Lebens begegnet, also dass daraus dann wirkliche Freundschaften entstehen, ist wirklich selten. Also ich habe vielleicht, wenn es hochkommt, fünf, sechs Freunde. Und deswegen ärgert mich das so, dass das hier auf Facebook Freundesliste heißt. Also die Leute haben sich ja wahnsinnig aufgeregt, dass ich jemanden von meiner Freundesliste geschmissen habe. Das ist keine wahre Freundschaft. Nein, viele kenne ich ja teilweise gar nicht, die auf meinen Freundeslisten sind. Also ich habe eine private Seite auch, da lasse ich aber wirklich nur Leute drauf, die ich auch irgendwann mal persönlich kennengelernt habe. Allerdings hat Facebook mir plötzlich eine ganze Schwämme beschert von Leuten, die ich gar nicht kenne. Die schmeiße ich oder blockiere ich dann auch oder schmeiße wieder raus. Und Leute, die ich eben von sehr viel früher kenne, die ich dann annehme, wenn sie sich bei mir gemeldet haben, wo ich denke, naja, okay, das sind aber keine Freunde. Deswegen ärgert mich dieser Begriff Freundesliste. Denn unter Freunden verstehe ich was völlig anderes. Das ist eher eine Bekanntenliste. Wobei aber auch bei Bekannten sollte man davon ausgehen, dass man sich irgendwo kennt. Ich finde also dieses Wort Freundesliste sehr hochgegriffen. Und ich habe einige Leute jetzt von meiner sogenannten Freundesliste geschmissen, weil ich diese Aluhuträger echt nicht mehr ertragen kann, die auch in allem nur Negatives sehen, die immer sofort paniken und die eine schlechte Stimmung verbreiten. Und gegen jedes und alles sind solche Leute brauche ich in meiner Umgebung nicht mehr. Und da greife ich auch ziemlich hart durch. Und ich habe mich auch in den letzten, gerade in den letzten drei Jahren, sehr viel von sogenannten Freunden getrennt, weil ich einfach gesehen habe, es war entweder immer sehr einseitig oder aber es hat sich so auseinanderentwickelt. Und da sollte man dann auch wirklich den Mut haben, diesen Ballast wirklich abzuwerfen. Es tun sich auch wieder neue Sachen auf. Und deswegen sollte man darüber mal nachdenken, von wem man sich fernhält. Es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die sind wie Vampire, also die saugen einen aus. Da ist man nach drei, vier Stunden im Gespräch völlig fertig. Soll ein Kopf. Solche Leute will ich nicht mehr in meiner Umgebung haben. Das ist mir zu anstrengend. Oder auch Leute, die gar nicht zuhören. Die einfach in das Gespräch reingehen und die nur, wo jeder Satz mit ich, ich, ich anfängt, wo ich sage, dann bleib für dich. Wirklich. Oder auch Leute, die überhaupt zu keinem Argument, also keinem Argument zugänglich sind. Die das alles sofort immer ablocken. Ich meine, jeder kann mir was erzählen und ich höre mir das erstmal an und dann sage ich, okay, ist das was für mich oder nicht. Oder Leute, die plötzlich in eine politische Richtung abdriften, die ich absolut nicht unterschreiben kann und mich wundere, dass das überhaupt möglich ist. Aber dann muss ich mich davon auch trennen. Und nein, ich muss das nicht akzeptieren in meinem Umfeld. Das will ich nicht. Wenn die mich dann da überzeugen wollen und nein, das brauche ich nicht. Dann ist in diesem Leben des anderen etwas anders gelaufen. Da muss ich aber nicht mit folgen. Fertig. Also so offen bin ich dann nicht, weil das findet ja bei mir in meinem Umkreis statt. Und das will ich dann nicht mehr haben. Vor allem sind halt die Leute, die einen dann so überzeugen wollen. Brauche ich nicht. Weg, 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 weg. Und dann habe ich heute auch was Schönes noch erfahren. Also meinen Film, den ich letztes Jahr gedreht habe, was sehr lange wehrt, wird irgendwann mal gut. Der voraussichtliche Sendeplatz ist jetzt am 2. Oktober. Und man hat endlich auch den Titel gefunden. Es heißt also nicht mehr das Beste zum Schluss, sondern es heißt jetzt Anna und ihr Untermieter. Alle Anfang ist schwer. Gut. Das schien eine große Geburt zu sein. Warten wir es ab. Ich hätte lustig gefunden. Anna und der Herr vom Ordnungsamt. Aber ich vergebe keine Titel. Okay. Also. In diesem Sinn. Auf die Freundschaften.